Ich komme aus Würzburg, aus Deutschland und war bei uns in Würzburg auf der ersten Mahnwache. Und seitdem interessiert mich das Thema brennend. Okay, wir haben einen kleinen Überraschung, dass ich hoffe, ihr habt noch genug Sitzfleisch. Hier ist jemand aus Würzburg. Kann ich sehr auch vorstellen. Hallo Wien. Es freut mich, euch hier zu sehen. Ich komme aus Würzburg, aus Deutschland und war bei uns in Würzburg auf der ersten Mahnwache. Und seitdem interessiert mich das Thema brennend. Und wir sind jetzt hier eben in Wien auf Urlaub. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, auch hier euch besuchen zu kommen und eure Redner anzuhören. Was ich gesehen habe, hat mich teilweise sehr ergriffen. Ich finde das schön. Und ja, macht weiter. Ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.